So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren letztens im Netto, das wird ein aktuelles Video, lasst euch das mal gesagt sein. Da habe ich was gesehen, am Samstag war das schon eingeräumt, obwohl es am Montag erst in der Werbung war. Da gab es Burger, wieder eingeschweißt, im Doppelpack, als Fan-Editions, weil wahrscheinlich Fußball bald wieder losgeht oder schon losgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Fußballfan, ich interessiere mich nicht für Fußball, ich gucke lieber Wrestling, jedem das sei. Mich interessieren aber die Burger, denn da gab es drei verschiedene Fan-Editions von Abelen und das ist eine Marke, die kennt bestimmt jeder. Denn Abelen hat ja immer diese zwei eingeschweißten Burger, jetzt aber in diesen Fan-Editions mit speziellen Soßen von speziellen Ländern. Ihr habt zum Beispiel die Fan-Edition Schweiz-Style mit Käsesoße. Schweiz und Käse, das passt auf jeden Fall zusammen. Ihr habt die Fan-Edition Ungarn-Style mit Paprikasoße. Und mein Favorit, den wir heute testen wollen, zu den anderen kommt natürlich auch noch ein Video, Fan-Edition Schottland-Style blau mit rauchiger Soße, also wie Barbecue. Ich habe natürlich auch meine eigene Soße noch am Start und zwar hier diese Mad Dog 357 Special Edition aus 6 Millionen Scoville Pepper-Extrakt. Aber erstmal wollen wir natürlich diesen Schottland-Burger probieren mit rauchiger Soße und das passt perfekt. Ich nehme das Video jetzt hier am Dienstag auf. Ich werde gucken, dass ich das aber am Samstag hochlade, denn am Samstag, was habe ich gesagt, Wrestling-Fan, am Samstag ist der WWE Pay-Per-View Clash at the Castle in Cardiff, Schottland. Wenn ich das jetzt richtig zusammen im Kopf habe, passt das also perfekt, dass wir einen Schottland-Burger testen, der am Samstag online kommt. Eigentlich ist es ein Fußball-Burger, für mich ist es jetzt aber dann der Wrestling-Burger. Hier sieht man also auch nochmal Abelen, hier sieht man auch einen Fußball, man sieht eine grüne Wiese da drauf. Also vom Design her ist das richtig schön gemacht, finde ich. Da kriege ich Bock und ich habe hier diese braune Kotwurst, also das ist das Näpfchen mit der rauchigen Soße. Die sind jetzt so eingepackt. Ich nehme extra jetzt mal den unteren, dass ich oben das Bild nicht kaputt mache, denn das Muttertier ist ja da, die will ja auch die Großveranstaltung mitschauen. Das heißt, ich werde jetzt den Burger rausnehmen, werde mir einen machen. Nach dem Video darf sie den anderen essen und das machen wir mit allen dreien. Jetzt nehme ich die Soße hier ab, guckt mal Schimmel, nee das ist bestimmt Mehl, würdet ihr sagen, deswegen packt mal den nochmal rum. Und sehen, da ist halt wirklich absolut gar nichts drauf, einfach nur ein Bun und eine Scheibe Fleisch. Was aber jetzt das Interessante ist, ist also der Beutel mit Soße, rauchige Soße. Das machen wir uns jetzt erstmal warm in der Mikrowelle, weil es gesund ist und probieren dann mal, wie das schmeckt. So, der Burger ist jetzt fertig, so sieht er aus, total unspektakulär, aber egal, wir müssen ja noch die Soße drauf machen. Das Fleisch ist natürlich Rindfleisch, das ist aber bei allen drei gleich. Hätte ja auch sein können, dass das unterschiedliche Fleischarten sind. Einer mit Chicken, Chicken Cheese zum Beispiel, klingt irgendwie richtig genial. Der ungarische dann mit Schwein, ja, und der schottische mit Rind. Aber es sind alles drei Rinderburger, dafür steht hier unten auch die Kuh, das sieht man schon. Wir haben jetzt hier den Soßenbeutel, kann man den einfach aufreißen. Hier ist angezeichnet so eine Risslinie. Dann ziehen wir das ab, nehmen den Burger, warte mal, ich nehme den Burger mal runter und ich werde das einfach auf das Brötchen drauf machen, damit das richtig schön im Brötchen versickert die Soße. So, rauchige Soße, Barbecue-Feeling, bin ich, ich bin ja nicht so der Barbecue-Freund, aber letztens hatte ich auch eine Soße und das war eine Chili-Barbecue, die fand ich richtig gut. Jetzt mache ich das hier wieder zusammen. Jetzt seht ihr schon, die Soße, wenn ihr das zusammen drückt, ist einmal oben, ist einmal unten. Wir packen den Burger wieder drauf, also das Fleisch, legen den jetzt hier hin. Jetzt sieht das so unspektakulär aus, aber für's Thumbnail wollen wir das natürlich nochmal irgendwie reinhalten, dass wir diese Verpackung haben und den Burger dazu. Das soll das Thumbnail sein, ich hoffe, ich habe die Richtung richtig, dass das dann hier steht, also bei euch da, keine Ahnung. Wir beißen jetzt einmal rein, für die Geschmacksaufnahme und den Rest werde ich, denke ich, dann trotzdem mit Mad Dog essen. Also ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht sogar noch eine Scheibe Käse drauf mache, weil da halt einfach nichts weiter drauf ist. Aber ich muss sagen, braucht es nicht. Braucht es nicht. Super softes, weiches Brötchen, das Fleisch merkst du, du hast was zum Kauen. Hat auch Geschmack, ist auch ein bisschen würzig und dann die Soße hat ein super rauchiges, angenehmes Aroma. Muss ich sagen, schmeckt. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Zwei so Teile für zwischendurch, wenn ihr sagt, jo, wir machen Party, alle zum Fußball, kommt her. Ich habe ein paar Burger geholt, jeder macht sich da so einen Burger, kommt das bestimmt richtig genial. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie die zwei anderen schmecken. Mit Käsesauce können wir vielleicht irgendwie nach hinten losgehen. Wir machen jetzt hier erstmal einen Tropfen Mad Dog drauf. In die Mitte. Vorsicht, nicht zu viel, nur einen Tropfen. Ich mache den eigentlich in die Mitte, warte mal, ich packe ihn mal hier vorne hin, damit ich hier vorne dann abbeißen kann, dann die Schärfe habe und dann den Restburger essen kann, sodass das dann aufgesaugt wird vom Rest. Der Tropfen ist hier vorne, das klappt mal jetzt zu. Diese raurige Note passt sehr gut dazu, zu dem Fleisch, das passt. Paprika weiß ich nicht ganz, aber die Käse, künstliche Käsesauce beim Burger, das ist doch wieder die reine Chemie. Dann ist das bestimmt jetzt der Beste gewesen, Schottland für Clash of Castle. Jetzt beißen wir mal hier in die Mad Dog Hälfte rein und essen den ganzen Burger aber einfach im Video, damit ihr auch seht, dass ich den gegessen habe. Mad Dog breitet sich sofort wieder aus, aber du merkst trotzdem noch viel von dieser raurigen Barbecue-Sauce. Der Geschmack ist nicht getrübt. Was, aber so eine Schärfe jetzt da, so eine Würze, das passt einfach perfekt. Mad Dog Soße auf Burgern, mein Geheimrezept. Wir werden jetzt den Rest noch essen, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, im Netto gefunden diese Woche. Aber wenn ihr da reingeht und Samstag dieses Video seht, ist die Woche ja schon wieder um. Schottland Burger mit rauriger Soße, ab Behlen, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.